Willkommen zurück bei Obermacht Aktien investieren. Ich sitze heute in meinem Garten unter einem wunderschönen blühenden Kirschenbaum und ich bin inspiriert von einem Besuch einer Vorstellung gestern Abend den Kaufleuten in Zürich und zwar von Julia Engelmann. Sie war hier in Zürich das erste Mal. Sie hatte eine wunderbare Vorstellung mit wunderschönen Gedichten und vor allem mit einem stehenden Applaus des Publikums. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin und mir nochmals diese Sache Revue passieren liess, habe ich gedacht, was würde ich wohl Julia Engelmann empfehlen in Bezug für ihre eigenen Sparanlagen. Deshalb sitze ich hier in unserem Garten, obwohl das Wetter kalt ist und es windet und ich hoffe, es ist nicht zu schlimm für Sie, das zu verstehen, was ich hier sage. Ich würde nun Julia empfehlen, auf unsere Webseite zu gehen mit ihrem ersten Sparbeitrag. Das ist unsere Webseite, die Sie hier vor sich haben. Ich würde Julia sagen, ich empfehle dir, den Aktienfilter zu benutzen. Julia, prüfe Aktien, die deinen Kriterien, deinen Auswahlkriterien entsprechen. Und was sind solche Kriterien? Das Wichtigste ist die Grösse. Julia, kauf nur wirklich grosse Aktien. Kauf nichts Kleines. Kauf nicht Aktien mit wenigen Leuten drin. Kauf Aktien, wo es ein grosser Vorstand hat, ein grosser Aufsichtsrat, wo es grosse Aktionäre hat, die alle sicherstellen, dass diese Aktie gut bewirtschaftet wird. Da kannst du nicht viel falsch machen. Dann würde ich sagen, kauf die Aktien in Deutschland. Denn du kennst Deutschland, du kennst die Aktien, du kannst dir gut vorstellen, was das für ein Unternehmen ist. Ich würde also empfehlen Deutschland. Und was ich hier sehe nun, nachdem wir die Grösse und das Land eingeschränkt haben, ich sehe nun die besten Aktien für Deutschland nach unserer kombinierten Strategie, die alle Finanzkennzahlen auf einem Scaling von 0 bis 100 auflistet. Deiner, der ganze Automobilbereich interessiert dich vermutlich noch nicht gross. Das ist schon ein bisschen Last-Century. Das interessiert vielleicht deine Mutti, aber sicher nicht dich selbst. Generali Deutschland, Lebens- und Krankenversicherungen. Das wirst du ja gerade vermeiden, weil du deine eigene Vorsorge machst. Gehen wir zu Munich Re, viel zu kompliziert. Munich Re, Rückversicherung, überhaupt der ganze Finanzsektor. Viel zu kompliziert. Gehe da nicht rein. RWE habe ich gehört, nachdem ich die Aktie gekauft habe, dass sie echte Probleme haben mit der Nuklearenergie. Das gefällt dir vermutlich auch nicht. Nuklearenergie, kann ich mir vorstellen, interessiert dich nicht besonders. SAP ist Hightech. Finger weg von allem Hightech und Biotech. Das ist viel zu kompliziert. Volkswagen, das stinkt, oder? Das würde ich sicher nicht kaufen. Now, Lufthansa ist etwas Spezielles. Du magst wohl reisen. Du könntest dich für Lufthansa interessieren. Kauf aber niemals Flugaktien von Flugfirmen. Das Geschäft ist ein ganz schwieriger Markt mit vielen Konkursen und unfairen Neubeginnen. Und das Resultat ist, diese Aktien rendieren einfach immer schlecht. Und die nächste Aktie, die ich hier sehe. Metro ist tatsächlich eine Aktie, die ich dir empfehlen kann. 87 ist das kombinierte Rating. Das ist weit im grünen Bereich. 100 ist sogar das Value Rating. Absolut fantastisch. Auch die Sicherheit. Das Wachstum mit 63 ist noch ziemlich gut. Du kannst hier draufklicken. Dann siehst du die Obermatt-Ränge für die Metro-Aktie. Du kannst ein bisschen durchschauen. Siehst vermutlich in der Vergangenheit, wir haben hier zuerst die Übersicht, es war eigentlich gar nicht so gut in der Vergangenheit. Und jetzt plötzlich seit 2015 sind die Aktien plötzlich gut geratet. Das ist ein gutes Zeichen. Es ist also ein guter Zeitpunkt zum Einstehen. Die einsteigenden Value-Kanzahlen sind alle grün. Das Einzige, was ein bisschen rot ist. Hier ist die hohe Liquidität beim Metro im Sicherheitsrang. Sie ist also offenbar nicht so hoch. Das kann aber auch kurzfristig der Fall sein aufgrund der Bilanz. Wichtig ist doch auch, dass die Verschuldung nicht besonders groß ist. Und deshalb gibt es hier auch einen durchschnittlichen Rang von 63. Und ich würde sagen, du musst eigentlich nur auf diese konsolidierten Ränge gehen, die alles zusammenfassen. Und das sind die, die du hier ganz oben siehst. Und hier ist alles grün. Ein sicherer Punkt zum Investieren. Nun willst du vermutlich auf die Webseite gehen, dann du möchtest ein bisschen wissen, was dann Metro gerade macht. Spannend, was ich sehe sofort als technophiler Mensch. Ich sehe, diese Webseite ist responsive. Also wenn wir hier kleiner machen, dann wird auch die Webseite kleiner und man kann sie sehr gut auch auf einem Handy anschauen. Made to Trade, das interessiert ich vermutlich nicht. Inside Metro News. Metro zieht positives Bilanz nach einer Digitalkonferenz. Das ist doch schon mal echt spannend für dich. Du hast ja auch dein Leben begonnen, digital mit YouTube. Das interessiert dich vermutlich, dass Metro dort engagiert ist. Was ist das hier? Metro Group wird Teil von Wir zusammen. Integrationsinitiative der deutschen Wirtschaft. Wow, das klingt super spannend. Allerdings weiß ich noch nicht, was das ist. Lesen wir den gesamten Artikel. Was steht dann hier wohl drin? Metro Group wird Teil von Wir zusammen in Integrationsinitiative der deutschen Wirtschaft. Ich lese da ein bisschen durch. Sehe hier, das Ziel der Initiative ist es, die Integration von Flüchtlingen voranzutreiben. Perfekt, oder? Wenn ich dir gestern zugehört habe beim Vortrag. Metro ist ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, dass die Flüchtlinge gut in Deutschland integriert werden. Das ist auch etwas, was du willst. Das ist auch etwas, was du gestern gesagt hast in deinem Vortrag, in deiner Performance. Ich glaube, Metro passt perfekt zu dir. Dahinter kannst du stehen. Das ist ein seriöser Wert. Ich glaube, du kannst mit Metro beginnen. Und ich mache das auch. Ich werde Metro zu meinem Aktienportfolio dazutun. Das ist ganz einfach. Ich gehe zu meinem Online-Brokerkonto. Das kann man überall eröffnen. Und ich kaufe Metro-Aktien für das Geld, das mir gerade zur Verfügung steht. Bei mir sind das 5.000 Franken. Bei dir ist das ein anderer Betrag. Bei dir sollte es etwa die Hälfte sein, die du jedes Jahr sparst. Also die Hälfte jetzt investieren und dann die Hälfte nochmals im Herbst. Du musst zweimal etwa zehn Minuten hinsitzen und dann kannst du deine eigene Altersvorsorge ganz selbstständig machen. Ich wünsche dir viel Erfolg und damit wären wir am Ende von unserer heutigen Session Aktien investieren mit Obermatt. Bis bald und auf Wiedersehen.